Glück auf Schalke und herzlich willkommen zu der aktuellen SN4 News hier auf Schalke Inside. Im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr zählt auf Schalke jedes Detail. Nach dem 2 zu 4 Desaster gegen Darmstadt-Trainer Dimitros Kramotz ist jetzt über eine Woche Zeit, um seine Mannschaft auf das wichtige Ausschnittspiel in Bremen vorzubereiten und nach drei Flüschelpleiten-Serie muss bei Werder endlich wieder ein Sieg her. Ein Dreier ist nämlich angesehen in der Top-Spielwochen unter anderem in St. Pauli, HSV und Nürnberg, sowohl für Schalke ist Aufstieg damit so, aber eben auch für den Chefcoach selbst fast alternativlos. Und Bild hat nun mal aufgezeigt, was dafür nun auf dem Programm steht, denn so kämpft Kramotzis um seinen Job. Punkt 1 ist das Teambuilding. Nach dem Vormittagstraining am Dienstag ging es nämlich für die Profis ab auf die Kartbahn. Sieger war da Marius Bülter. Auf der Rennstrecke ist er somit im Vollgasbonus auf dem Platz. Zuletzt eher so der Falschfahrer. Das ergab auch die interne Aufarbeitung nach dem Darmstadt 2 zu 4. Denn die Videoanalyse war auch ein wichtiger Punkt. Eigentlich in der Zentrale als Partner für Kultknipser Simon Terroda eingeplant, zog Bülter viel zu oft auf den linken Flügel, stellte dort damit eben auch Vorlagenkönig Thomas Ovian zu und ließ Terroda alleine gegen zwei Verteidiger. Die Folge war, aus nach ruhendem Bell nahm die Offensive gewaltig. Bülter und Schalke brauchen in Bremen damit einen explosiven Neustart. Punkt 3 sind die Extraeinheiten. Denn der freie Tag am Samstag ist gestrichen. Gramozis hat zwei Zusatzschichten angesetzt, lässt wie am Mittwoch doppelt auf dem Platz trainieren. Fazit, um die Jobwende zu schaffen und Schalke zurück in die Aufstiegsränge zu katapultieren, lässt Gramozis nichts mehr unversucht. Gegen Bremen zählt damit in der Vorbereitung vor allem auch jedes Detail. Soweit also die Bild-Zeitung. Ich denke mal wieder viel Wirbel um nichts in dem Artikel. Aber spannende Details auf jeden Fall mit der Videoanalyse, was das Thema Bülter angeht. Natürlich auch mit der Kartbahn, was das Teambuilding angeht. Und auch gut zu hören, zu hat's Training. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht verkehrt. Eure Meinung zu den drei Maßnahmen gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.